Es gibt sehr viele Informationen zu allen Berufen und wenn du irgendwelche Fragen hast, kann man dir hingehen und fragen und sie geben dir immer eine ganz gute Antwort. Gemäß hier hilft mir sehr, dass ich auch mal noch etwas anderes anschauen kann. Ja, ich bin sehr froh, dass sie sich jetzt mal in die Berufswelt hineinwagen und mal einen ersten Eindruck haben. Ich finde den ganzen Prozess recht spannend und sicher wertvoll für all diese jungen Leute. Meine Tochter fand es mega cool, sie wollte jetzt unbedingt ein Foto machen, dass sie ein gutes Foto hat. In den vergangenen Jahren war es mega cool mit dem Bewerbungsfoto und dort die Qualität sehr hoch ist und dem sind kostenlos. Ja, das finde ich eine gute Sache und wollten von dem Angebot profitieren. Ich habe Justi im Internet gefunden und habe dann schon mal so einen Test gemacht. Ich finde Justi etwas Tolles. Ich danke sehr. Danke sehr gut. Mимо Ab coordinatedlesen. Untertitelung des ZDF, 2020